also ich habe diese ganze Zeit diesen Ohrwurm von diesem einen geilen Lied will ich schon die ganze Zeit singen aber ich mach's lieber nicht Errungenschaft erzielt, dreimal auf Holz geklopft, wow oh, Facecam ist gerade ausgegangen, hab ich gemerkt also die Kamera ist ausgegangen und das heißt sie hat ich hab eingestellt, sie geht nach zwei Minuten, wenn man nichts macht, aus also hat die Facecam-Aufnahme vor zwei Minuten angehalten warte mal, was ich auch mal machen wollte Erfolge gucken ich hab Inventar öffnen, wow, was ein Erfolg dreimal auf Holz geschlagen wie gut, dass ich noch keine Werkbank erstellt hab, ne alter, was hat der denn mit meinen ganzen Erfolgen gemacht wisst ihr was, ich baue jetzt keine Werkbank, sondern ich baue jetzt diesen Behinderten Hausbaum weiter Hausbaum, Baumhaus, Hausbaum, ach ist doch dasselbe okay, ich hab grad mal eine Idee, hab ich noch eine Schere, alter, was geht denn meine Stimme ab, hab ich irgendwo noch eine Schere, ja und zwar gehen wir dann erstmal für unseren Hausbaum erstmal ein bisschen Holz fällen und nehmen dann da die Blätter mit und die können wir dann bei unserem Hausbaum wieder dran klatschen Hä? 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 Ich bin schlau, ne? Nicht ja Holz fällen ist jetzt auch nicht grad so tollste Arbeit, muss ich sagen ich gebe zu also ich sag's euch nicht abschalten, es wird gleich spannend in 2 Minuten 35 Sekunden oder so einfach einfach irgendeine freie wundene Zahl jetzt keine Ahnung, ist grad langweilig hm mhm da 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 wieviel haben wir jetzt? ach 43, das reicht aus und jump ach und was mir grad einfällt, ich hab ja auf jeden einmal mit dem Muxel telefoniert also machen wir eigentlich fast jeden Tag über Skype halt und ähm genau Und wir haben uns gesagt, dass wir uns beide gegenseitig mal ein Jump-and-Run-Map erstellen und wir die dann gegenseitig zocken werden und es dazu dann sozusagen Let's Play, Let's Play weiß ich jetzt nicht genau, gibt. Jo. Oh, hier ist schon wieder Baum zu Ende. Hier müssen wir hoch, hier. Ja, ist ja bis jetzt nicht so viel los in dem Baum. Müssen wir mal ein bisschen nach oben bauen. Wir müssen gucken, ich weiß jetzt nicht genau, wie, also diese Holzstämme hier, wenn die nicht da sind, dann decayen, also gehen ja die Blätter kaputt. Und ich weiß nicht genau, also ich könnte jetzt hier natürlich einen ganz normalen Holzblock hinsetzen, dann würden die Blätter jetzt auch nicht decayen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern die Reichweite ist von so einem Holzblock. Also wenn da jetzt natürlich ein Holzblock ist und nebendran 100 Blöcke, könnte ich eigentlich mal ausprobieren, äh, 100 Blöcke... Sag mir jetzt, wie heißt, Blätter sind, dann habe ich keinen Plan, wie weit die dann bleiben und wie weit die decayen. Könnte ich aber mal ausprobieren, einfach mal ein Holzblock und nebendran einfach mal so ein paar viele Bäume. Also, ein Holzblock und nebendran ganz viele Blätter, Alter, ich bin grad voll verwirrt. Ich weiß nicht, kein Plan, was was los ist. Lalalalalalalalalalalalalalalala... Wir bauen einen Hausbau, mir fällt gerade auf, dass ich keine Musik im Hintergrund laufen habe, weil ich nur nicht auf meinen neuen Rechner gemacht habe. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Nein, hier nicht. Äh, hier auch nicht, nein. Hier auch nicht, nein. Nein, hier auch nicht. Kann ich hier, nein, hier auch nicht. Deswegen habe ich hier den Boden gelassen. Habe ich wieder mitgedacht, was? Ich denke mal, wow, wäre schön, wenn ich es öfters machen würde. Nein, aber ich bin mir gerade aufgefallen, ich rede gerade voll, ohne drüber nachzudenken. Naja, egal. Oh, Licht. I don't like Licht. Man sieht's ja, ich sitze in meinem dunklen Zockerzimmer. Oh, 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 oh. Das ist wirklich. Ja, ist ja gut, sehr gut. Ich labere viel zu viel Müll. Haben wir noch was zu essen? Ja. Jam, 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 jam. Gesunde Ernährung. Muss man drauf achten. Ähm. Oh. Da haben wir ja noch ein bisschen Eichenlaub. Oh, naja, egal. Dann noch ein paar Eichensetzlinge, Kürbisse. Wir haben Kürbisse. Ja, jetzt fällt mir das auch wieder ein. Ähm. Ich bin gerade voll müde. Schule heute war anstrengend. Cobblestone brauchen wir beim Hausbaum schon mal nicht, so viel ist klar. Und ich mache jetzt mal aus Prinzip zwei Kürbislaternen, weil ich ja immer noch glaube, dass Fackeln, also Fackeln, die so ganz normalen Fackeln halt, dass die die Blätter entzünden. Und deswegen, wenn wir die da oben reinmachen würden, würde dann unser Hausbaum abbrennen. Deswegen habe ich gemerkt, dass hier, habe ich, ach, jetzt habe ich, ach, warum habe ich denn die Blätter weggelegt? Oh, ehrlich, wahr. Aber, deswegen nehme ich jetzt einfach diese Kürbislaternen und hoffe dann, dass, äh, Blätter, und hoffe dann, dass unser Baum nicht in Flammen aufgeht. Ja, genau. Ich gucke die ganze Zeit noch in die Facecam, aber mir fällt ja die ganze Zeit ein, dass die... Ich schaue in die Facecam und dann fällt, ja, ich schaue in die Facecam und dann fällt mir ein, dass die ja aus ist. Ist mir gerade eingefallen. Also, aufgefallen, eingefallen, na, egal. Hallo. Kann man da keine Kürbislaterne... Achso, die kann man nur... Dann setzen wir sie halt auf Holz. Schicke, was? Ach genau, habe ich jetzt eigentlich schon erwähnt, dass es Texture Pack das aktuelle vom Muxel ist. Der ist jetzt Texture Pack Designer geworden. Nein. Ich habe mir auch mal überlegt, ein eigenes Texture Pack zu machen, aber ja, ganz ehrlich, ich kann das nicht. Es ist mir viel zu viel Arbeit und so. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, lass mal gut sein. Das war jetzt sinnlos, was ich gemacht habe. Aber naja, typisch Tim halt. Typisch Chill LP. Entschuldigung. Das weiß jeder, wie ich heiße, weil ich denke mal, es wisst ihr auch so schon. Von daher... Ist es mir egal. Habt ihr eigentlich LMS geschaut, also Last Man Standing? Würde ich gerne mal von euch wissen. Also ich fand's richtig cool. Ich hab's ja letztes... Letztes Jahr, nee. Der erste LMS war ja dieses Jahr. Screenshot. Ähm, Last Man Standing Livestream. Acht Stunden zocken war ja dieses Jahr. Den habe ich nicht gesehen. So. Aber den zweiten dieses Jahr habe ich gesehen. Und ich muss sagen, richtig cool. Es wurde sogar neun Stunden Livestream draus, weil der am Ende dann ein bisschen verzögert hat mit dem Paintball-Spielen. Und ich bin jetzt müde. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass mir jemand geschrieben hat. Und... Ja, mir hat jemand geschrieben. Noch da. Ja... Ja... Moment. Schreibe ich einfach mal schnell zurück. So. Ganz ehrlich. Ich kriege jetzt langsam Kopfweh von meiner... Weil mein Ton geht ja aber erst mich kurz. Und ich höre mich ja selbst. Und das rauscht so. Und deswegen kriege ich jetzt langsam Kopfschmerzen. Und deswegen beende ich jetzt hiermit mal die Aufnahme. Ich hoffe natürlich mal, wie das hat euch gefallen, diese zwei... Nee, es waren doch... Zwei von... Es waren noch nicht... Ja, wobei ich habe jetzt 18 Minuten. Dann schneide ich in neun Minuten folgendes. Auch ein bisschen kurz. Aber ist mir jetzt egal. Ich kriege jetzt langsam Kopfweh. Deswegen beende ich jetzt die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder bei dieser sehr langweiligen Folge. Ich hoffe, bei der nächsten Folge bin ich dann... Bin ich dann ein bisschen motivierter. So rum... Was sage ich heute für den Tag? Was ist der? 6. Dezember. Oh, der Nikolaus war heute da. Für alle kleinen Kinder. Der Nikolaus gibt es. Ja. Das war es jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Minecraft-Folge wieder. Tschüss! 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 Tschüss!